Die sogenannte Weltuntergangsuhr ist auf 90 Sekunden vor zwölf gestellt worden. Demnach ist die Gefahr einer globalen Katastrophe aktuell größer als jemals zuvor. Wir wollen auf Dauer mit diesem Damoklesschwert, mit der möglichen Auslöschung von Millionen Menschenleben, nicht leben. Wir wollen eine nuklearwaffenfreie Welt. Wir haben es immer noch nicht begriffen, dass der Klimawandel zu Situationen führt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wie sieht unser Ende aus? Passiert es innerhalb weniger Stunden oder ist es ein langwieriger Prozess? Gibt es einen lauten Knall oder bedrückende Stille? Wird es dunkel oder blendend hell? Heiß oder erstarrend kalt? Folge 8 von Raum und Zeit wird apokalyptisch. Unser Ende ist beschlossene Sache. Und es ist nah. Genauer gesagt soll das Risiko im Jahr 2100 bereits bei 1 bis 6 Prozent liegen. Das sagt zumindest eine amerikanische Studie des Forecasting Research Institutes, die in Form eines mehrmonatigen Diskussionswettstreits ihre Daten erhoben hat. Schuld sein, künstliche Intelligenz, mögliche atomare Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, menschengemachte und natürliche Pandemien. Also ist sowieso schon alles verloren? So scheint es zumindest, wenn man dem Clickbait der Medienlandschaft verfällt. Sind wir wirklich süchtig nach unserer eigenen Auslöschung? Ist unsere Faszination für den Tod so groß, dass sie dem Wunsch nach dem Wunderleben überwiegt? Zumindest ist unser Untergang allgegenwärtig. Die Popkultur, Kunst und Philosophie behandeln unser mögliches Aussterben in beinahe exzessiven Maßen. Und das hat auch Gründe. In der Wissenschaft ist schon lange klar. Auf Hochkulturen wartet immer der Kollaps. Sind wir dieses Mal weiter? Wir untersuchen nach potenziellen Ursachen und Lösungen. Wir stellen in dieser Folge die Frage. Wird es eine Welt ohne Menschen geben? Oder vielleicht nur das Ende unserer Welt? Los geht's! Hallo liebe Raum und Zeitler. In der letzten Folge war es Gott und die Schöpfung. Heute ist es das Ende, die Zerstörung oder die Auslöschung. Wir schreiten von einem Extrem zum nächsten. Und es gibt ja auch viele kuriose Untergangstheorien. Der Maya-Kalender, die Zombie-Apokalypse oder die Planet-X-Theorie oder ganz einfach die Rückkehr Jesus Christus. Warum sage ich das? Einer ist für die Folge 8 und natürlich auch für euch extra aufgestanden. Heute um 11 Uhr. Und ja, er bringt euch den Weltuntergang. Zumindest thematisch. Herzlich willkommen, Tim Vollert. Ja, es ist schön, auf jeden Fall wieder dabei zu sein. Insbesondere bei einem Thema, welches ich so gerne mag, wie die Zerstörung der Menschheit. Da muss man tatsächlich gar nicht so viel auf fiktive Ereignisse gucken. Tatsächlich haben wir hier auch sehr reelle Chancen, endlich das hier alles zu beenden. Aber das werden wir ja gleich noch stärker erfahren. Definitiv ein spannendes Thema. Und während wir jetzt noch an Tims Jesus-Look arbeiten, so Bart, Haare, längeres Gewand und sowas, würde ich sagen, ihr steigt jetzt einfach mal in die Thematik ein. Viel Spaß mit dem Deep Dive. Vor 2,6 Millionen Jahren begann für den Menschen die Steinzeit. Vor 2 Millionen Jahren entstand auch der Homo erectus, der erste aufrechtgehende Mensch. Dieser war aber nicht nur ein Vorfahre von uns, sondern er existierte noch mit dem Homo sapiens zusammen, welcher vor ungefähr 300.000 Jahren entstand. Aber dann ist er ausgestorben. Womöglich, weil er zu faul war. Es war nicht besonders schwer für die Natur, den Homo erectus zu töten. Zu seinem Höchststand vor 1,2 Millionen Jahren gab es nur ungefähr 55.000 Exemplare auf der gesamten Erde. 2,5 Millionen Jahre lang existierte der Homo erectus. In nur 8% dieser Zeit hat der wesentlich widerstandsfähigere moderne Mensch es auf eine Größe von 8 Milliarden Exemplaren geschafft. So ein einfaches Aussterben wie beim Homo erectus, das ist heute unmöglich. Der Mensch ist nicht generell das widerstandsfähigste Tier, aber er siegt durch reine Masse. Selbst wenn der Asteroid heute einschlagen würde, welcher vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier getötet hat, selbst dann würden noch mindestens 10 Millionen Exemplare überleben. Dass der moderne Mensch bereits seit hunderttausenden Jahren existiert, ist einer der Hauptgründe, warum wir ein Aussterben durch irgendwelche Naturkatastrophen ausschließen können. Es gibt einfach viel zu viele von uns. Dementsprechend muss das Aussterben der Menschheit menschgemacht sein. Da rein spielt auch das sogenannte Doomsday-Argument. Dieses besagt, dass man basierend auf der Anzahl der Menschen, die bisher gelebt haben, ungefähr ausrechnen kann, wie wahrscheinlich es ist, dass die Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft aussterben werden. Bei dieser Argumentation gehen wir davon aus, dass der Großteil aller Menschen, welche je existieren werden, noch gar nicht geboren wurden. Man darf nicht vergessen, dass die Bevölkerungsexplosion noch gar nicht so lange her ist. Wenn man das gesamte Argument zu Ende denkt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten 9000 Jahren aussterben, bei ungefähr 95%. Es gibt auch noch einige andere Berechnungen, welche unser Aussterben mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 5% pro Jahrhundert besetzen. Wir wüssten aber weiterhin nicht wie. Kein menschliches Mittel wäre dazu bislang in der Lage. Kein Virus, kein Atomkrieg, nichts. Als erstes müsste erstmal die Population wieder sinken. Momentan sinken in den meisten Industrieländern die Geburtenraten. Wenn man diesen Prozess weiter fortsetzt, dann könnte das rein theoretisch in einer weit entfernten Zukunft zu einem Geburtenkollaps führen und unsere Zivilisation bzw. die Menschheit wäre stark eingeschränkt. Dann wären wir zwar generell anfällig wieder fürs Aussterben, aber eine Sache alleine würde dann immer noch nicht reichen. Wahrscheinlich müsste es eine Kombination aus Naturkatastrophen, zum Beispiel Vulkanausbrüchen und natürlich ganz klassisch aus Kriegen sein. Man muss aber am Rande erwähnt haben, dass die stärkste Form des menschgemachten Klimawandels, der Klimakollaps, tatsächlich ebenfalls eine gewaltige Chance hätte, uns zumindest an den Rande des Aussterbens zu bringen. Ein konkretes Beispiel, wie das aussehen würde, das können wir in dem Film Interstellar sehen. Am Ende des Films verschwindet der Großteil der Menschheit ins Weltall. Es ist nicht davon auszugehen, dass noch in diesem Jahrtausend der Großteil der Menschheit zu irgendeinem Zeitpunkt nicht auf der Erde leben wird. Es gibt einfach nicht genug Alternativen. Dennoch besagen Studien ganz klar, dass wenn wir die Expansion ins Weltall schaffen, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir aussterben werden, massiv sinkt. Beispielsweise könnten wir also den Mond und den Mars kolonialisieren. Jedoch muss man dazu sagen, dass es fragwürdig ist, ob dies die größte Gefahr stoppen könnte. Künstliche Intelligenz Wir haben bis heute keine Ahnung, wie weit künstliche Intelligenzen entwickelt werden können und wie gefährlich sie wirklich werden können, Ihr Gefahrenpotenzial ist aber momentan gewaltig. Die Schätzungen für das Risiko von KIs sind in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Anfang dieses Jahrtausends dachten wir noch, dass es eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 0,25% gibt, dass tatsächlich eine KI an unserem Aussterben beteiligt sein kann, aber 2023 wurde diese Wahrscheinlichkeit auf 10% erhöht. Und eine KI muss dabei nicht mal bösartig sein. Es braucht nicht mal ein Skynet oder so etwas. Eine KI könnte eine gewaltige Disinformations- und Manipulationskampagne starten und könnte dadurch im Grunde das Informationszeitalter komplett zerstören bzw. aus unseren Händen reißen. Aber man muss dazu sagen, dass wir laut unseren Berechnungen mit Blick auf die immer schneller werdende Innovation der Menschheit wahrscheinlich noch in den nächsten 20 Jahren die technologische Singularität erreichen werden. Also den Punkt, an dem die Entwicklung neuer Innovationen so schnell passiert, dass sie eigentlich das menschliche Verständnis bzw. den menschlichen Intellekt komplett überholt. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie diese Rechnung aufgehen kann, und zwar indem wir eine künstliche Intelligenz entwickeln, welche exponentiell schnell lernen kann. Das wäre dann eine KI, welche millionenfach intelligenter als wir wären. Ab diesem Punkt lege es komplett in der Hand unseres neuen Gottes, ob wir leben oder sterben werden. Zum Abschluss meines Monologes sei es gesagt, dass es natürlich auch eine gewaltige Menge an Gefahren aus dem Weltall gibt. Diese habe ich jetzt hier aber nicht erwähnt, weil die gewaltigen Distanzen da draußen im Kosmos dafür sorgen, dass einfach die Wahrscheinlichkeit zu gering ist, dass uns irgendwas Relevantes trifft. Man muss jedoch gesagt haben, dass womöglich eine Supernova vor einigen Millionen Jahren mal ein gewaltiges Artensterben auf der Erde ausgelöst hat. Jawohl, spannender Deep Dive, Tim. Du sagst, ja, eine Supernova könnte den Großteil des Lebens mal ausgelöscht haben. Was hat es damit jetzt nochmal genau auf sich? Es ist generell so, dass die Erde ja sogar einiges an Erfahrung hat, wenn es darum geht, möglichst viel Leben um die Ecke zu bringen. Es gab bisher in der Geschichte der Erde so in den letzten Jahrmilliarden, wobei wir hauptsächlich in die letzten hunderte Millionen Jahre reingucken müssen. Da gab es insgesamt fünf große Artensterben. Viele von denen bestanden aus kleineren Events, einer Verkettung von Events. Manche hatten sehr große Events. Das waren dann oftmals Vulkanausbrüche, wobei das allererste Artensterben tatsächlich passiert ist, weil der ganze Kohlenstoff aus der Atmosphäre verschwunden ist, weil das erste Mal Leben im Wasser quasi durch Photosynthese das abbauen konnte und sich damit selbst umgebracht hat. Wichtig ist aber, dass in jedem dieser Ereignisse mehr als die Hälfte alles Lebens auf der Erde ausgelöscht wurde. Und in dem spektakulärsten, da wurde sogar 96 Prozent alles Lebens angeblich ausgelöscht. Und es gibt ein Ereignis, das war in der sogenannten Devon-Zeit. Also wir können diese dies Jahr in verschiedene Zeitperioden der Erde unterteilen. Da ist ungefähr 50 Prozent allen Lebens ausgelöscht worden. Und das könnte, das hängt bei den meisten Ereignissen da irgendwie mit rein, das könnte mit einem starken Klimawandel zu tun gehabt haben, was wir auf jeden Fall wissen. Ist natürlich sehr schwer, jetzt in diese Zeitperiode zurückzugucken. Also wie schon gesagt, das war, ich glaube, das war sogar über 300 Milliarden, 340 Millionen, nicht Milliarden, 340 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Und da ist unsere Atmosphäre, beziehungsweise nicht die Atmosphäre, hauptsächlich die Ozonschicht, massiv zerstört, beziehungsweise geschwächt worden. Und durch die Effekte, die dadurch entstanden sind, ist eben ein gewaltiger Teil des Lebens, welches sich zu dem Zeitpunkt noch im Wasser befunden hat, gestorben. Und ein möglicher Kandidat, der das getan haben könnte, wäre eine Supernova. Wenn eine Supernova damals in der Nähe der Erde passiert wäre, dann hätte die durch ihre gewaltige radioaktive Strahlung, durch die Gammastrahlung quasi unsere Atmosphäre einfach zerballern können. Das Ganze ist in einem wesentlich extremeren Szenario durch unsere eigene Sonne beim Mars passiert. Der Mars war ja früher auch ein blauer Planet, der ist ja heute nur noch eine tote Wüste deswegen. Aber so eine Supernova, die kann in einem Radius von 50 bis 100 Lichtjahren richtig für Chaos sorgen. Das bedeutet aber natürlich, dass wir trotzdem noch einigermaßen sicher davongeschwommen sind, wenn nur 50 Prozent allen Lebens ausgelöscht wurde, weil es hätte auch gut 100 sein können bei so einem kosmischen Ereignis. Es muss aber gesagt werden am Rande, es gibt auch andere Möglichkeiten. Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, ist das nur eine Theorie, wie es zu diesem Artensterben gekommen ist, aber es ist nicht bewiesen, ja? Genau, es ist aber eine der populärsten, weil vermutlich der Schaden an der Ozonschicht relativ lange geblieben ist. Also die meisten dieser Massenaussterben, auch wenn es Vulkanausbrüche oder sowas gewesen sind, das war kein Ereignis, das von heute auf morgen passiert ist. Die einzige fette Ausnahme ist natürlich der Asteroid, welcher die Dinosaurier umgebracht hat. Das ging wirklich richtig schnell. Ansonsten haben die teilweise tatsächlich, ja, Millionen gedauert. Aber man muss dazu sagen, dass das zweitschnellste Ereignis, das sollte man jetzt hier vielleicht noch einfügen, bevor wir in andere Themen reinspringen, jetzt gerade passiert, denn ich habe gerade von fünf großen Massenaussterben gesprochen, aber wir befinden uns ja gerade in der sogenannten Holoszene und wir sind gerade verfrüht am Ende unserer momentanen Epoche, weil der Mensch einfach gerade so viele Tiere um die Ecke bringt, dass wir selber tatsächlich gerade eines der schnellsten Massenaussterben sind und das allererste Massenaussterben in der Geschichte der Erde, was ausschließlich von einer Spezies verursacht wird. Das heißt also, wir sorgen hier wirklich für ein sehr großes historisches Ereignis gerade. Okay, ja, Glückwunsch dazu. Wenn du von diesem Artensterben sprichst, du hast jetzt auch beispielsweise von einer Supernova gesprochen, dann kommt aber trotzdem auch das Wort Klima wieder drin vor. Ich habe in der ganzen Recherche, habe ich immer das Gefühl gehabt, es ist wenn auch immer eine Kettenreaktion, die dann wirklich zu so einer ganz großen Auslöschung führt und nie ein einzelnes Ereignis. Ist das richtig so? Absolut korrekt. Das beste Beispiel dafür sind Vulkanausbrüche, weil wenn man jetzt ganz oberflächlich lesen würde, was in den letzten hunderten Millionen Jahren eigentlich das ganze Leben ausgelöscht hat, dann wird immer ein Vulkanausbruch als erstes genannt. Aber selbst wenn jetzt zum Beispiel gerade der allergrößte Vulkan Yellowstone hochgehen könnte, also der ist ja in den USA, das ist momentan der eine Supervulkan, welcher tatsächlich ein Risiko bietet, dann könnte der erstmal ganz imminent vielleicht 90.000 Menschen umbringen. Was natürlich eine Tragödie ist, aber nicht wirklich jetzt ein Massenaussterben. Es ist aber so, dass durch die gewaltige Menge an Aschen, die diese Vulkane ausstoßen können, dass dadurch eben der Klimawandel absolut verändert werden kann, beziehungsweise das gesamte Klimasystem eines Planeten. Und dann gibt es natürlich viele weitere Ereignisse, die das auch noch machen können. Es ist immer eine Kettenreaktion, dann zum Beispiel, wenn der Großteil des Pflanzenlebens irgendwie zerstört wird, den es auf der Oberfläche eines Planeten gab, wenn halt dann eben so viel Asche in die Luft gewirbelt wird, oder aber wie beim allerersten Massenaussterben, wenn tatsächlich die Atmosphäre sich verändert, einfach nur, weil auf einmal ganz viele Lebewesen auf der Erde sind. Und das kann natürlich dafür sorgen, das ist immer wieder ein Hin und Her gewesen, dass entweder die Temperatur auf der Erde sehr stark angestiegen ist, oder aber sehr stark gefallen ist. Beide Sachen sind bereits vorgekommen, und beide Sachen haben immer für ein gewaltiges Artensterben gesorgt. Insbesondere auch, weil es da noch weitere Folgeeffekte gibt, zum Beispiel, dass viele Ozeane, zumindest verhältnismäßig für die Lebewesen, die damals existiert haben, dass die vergiftet wurden. Dass quasi der pH-Wert der Ozeane nicht mehr in Ordnung war. Das heißt ja, im Endeffekt, wenn wir wirklich ganz, ganz genau drauf gucken, können wir fast immer sagen, dass es irgendwie der Klimawandel war, der dann einen Großteil des Lebens ausgelöscht hat. Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Wasserversorgung, Landwirtschaftsentwicklung, Energieverbrauch, Naturkatastrophen, um das mal so einzurahmen, das sind so die wichtigsten Punkte, wenn es um dieses Thema geht. Aber Klima ist eigentlich das Einzige, was wirklich dazu führen kann, dass wirklich alle Menschen aussterben könnten, oder? Das ist sehr, sehr kontrovers. Ich hatte das in meinem Monolog erwähnt. Ich hatte da auch keine genauen Zahlen genannt, weil ich mir nicht sicher bin, wie stark man die tatsächlich mittragen kann. Also es gibt Studien, die besagen, dass wenn wir wirklich einen Klimakollaps herbeiführen, und das darf man keinen Fehler machen, das wäre dann nicht einfach der Klimawandel, auf den wir gerade zusteuern, sondern das wäre quasi, wenn wir jetzt einfach die Hände in die Luft werfen würden und heute sagen würden, wir machen gar nichts mehr gegen den Klimawandel. Also dann könnten wir, sagen wir mal, bis zum Jahr 2200, so schon ein bisschen weiter in die Zukunft, einen Kollaps herbeiführen, wenn quasi die Ökosysteme komplett eingebrochen sind. Dann wird die Wahrscheinlichkeit auf das menschliche Aussterben, das wird immens hochgesetzt. Also das hat mich selbst auch überrascht. Also wir reden hier davon, dass manche Forscher glauben, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit das überlebt, nur bei 10 Prozent liegt. Wenn wir jetzt aber auf die momentane Situation jetzt gerade gucken, da muss man morbide feststellen, dass in diesem Jahrhundert bereits definitiv Millionen von Menschen an den Folgen sterben können. 70 Prozent der Gebiete, die der Mensch heute bewohnt, die werden nach offiziellen Standards bis zum Ende dieses Jahrhunderts, wenn wir nichts dagegen machen, als unbewohnbar eigentlich eingestuft oder vielleicht auch ins nächste Jahrhundert erst rein. Dazu muss man jetzt kurz anmerken, falls einige Zuhörer jetzt ein bisschen schockiert über die Zahl sind, dass jetzt schon viele Menschen in Gebieten wohnen, die eigentlich unbewohnbar sind. Also viele Landstriche von China zum Beispiel haben keine richtige Wasserversorgung. Oder ganz krasse Beispiele natürlich Dubai. Ja, Dubai ist per se unbewohnbar. Ich glaube, man muss auch nicht erklären, warum dem so ist. Also auf sich allein gestellt kann niemand in der Stadt überleben. Dennoch, die Essensversorgung wird natürlich immer schwerer und schwerer. Wir werden Ernteausfälle haben. Wir werden weniger zu ernten haben. Gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird sie auf 10 Milliarden wachsen. Danach wird sie wieder runtergehen. Es geht nicht nur in eine Richtung. Das wissen wir, weil umso reicher die Länder werden, umso mehr sinkt zunehmend die Geburtenrate. Und das geht tatsächlich auch immer schneller und schneller. Also insbesondere in afrikanischen Ländern sieht man es, dass in relativ wenigen Jahren da teilweise die Geburtenrate halbiert wird. Und natürlich im Westen ist die ja bereits relativ tief. Das heißt, nach diesen 10 Milliarden geht es wieder bergab. Aber das ist nicht genug. Also wir sind jetzt gerade schon überbevölkert. Ein paar von euch kennen vielleicht die Zahlen, dass wir, glaube ich, bis zum April, bis zum April jeden Jahres momentan schon bereits alle Ressourcen verbraucht haben, die unser Planet in einem Jahr produzieren kann. Das heißt, momentan, wenn unser Planet ein Bankkonto wäre, dann leben wir quasi schon die ganze Zeit in einem Minus, dass wir jedes Jahr wieder vergrößern und vergrößern und vergrößern. Also schon jetzt bräuchte die Bevölkerung drei Erden. Und die Folgen davon, die werden auch richtig reinkicken. Das Mobide ist, wir werden davon nicht so viel mitbekommen als andere. In Deutschland werden Lebensmittelpreise steigen. Natürlich, das Wetter wird unangenehm werden und all das. Aber die härtesten Folgen, die treffen halt den globalen Süden. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel, warum man es nicht wirklich als ein richtiges Aussterbeevent bereits rechnen kann. Die Weltbevölkerung kann definitiv vergeringert werden, besonders auf lange Zeit, nicht auf kurze Jahrzehnte, aber sage ich mal, auf die nächsten Jahrhunderte kann die rapide runtergehen, dadurch, dass der Mensch an weniger Orten wohnen kann. Aber das alleine bringt uns nicht um. Es sorgt, es kann aber beim Bevölkerungskollaps beitragen. Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Du hast jetzt schon von Klimatoten in der Zukunft gesprochen, von Millionen, um das mal einzuordnen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Deswegen für den Fact-Check schaut auch gerne selber mal nach. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass wir jetzt schon jährlich, ich glaube, 300.000 Klimatote haben. Und das muss einem auch erst mal so klar sein. Also das sind natürlich auch da, wie du eben sagtest, vor allem die Menschen, die auf der Südhalbkugel leben. Aber das gibt es schon und das ist tatsächlich auch schon Realität. Das stimmt. Die Zahlen sind super schwer einzuordnen, weil es immer sehr schwer zu kategorisieren ist, was schon ein Klimatoter ist. Also da streitet sich die UN seit vielen Jahren. Wenn wir natürlich wieder auf das übergreifende Thema Aussterben zurückgucken wollen, muss man halt ganz mobile feststellen, dass 300.000 pro Jahr und das klingt jetzt böse, aber das 300.000 pro Jahr natürlich gemessen an unserer stetig wachsenden Bevölkerung noch keine große Differenz ergeben. Das wird aber noch mehr werden. Es kann auch sein, dass es schon mehr ist. Auf jeden Fall. Nagelt mich nicht drauf fest. Ihr könnt ja selber auch mal nachschauen. Anderes Thema beziehungsweise selbes Thema, aber noch mal kurz mit dem Blick in die Historie. Gibt es historische Ereignisse oder Phänomene, die als falscher Alarm für Weltuntergang oder sowas angesehen werden können? Die ganze Zeit. Also natürlich kommt es darauf an, wie seriös man die nehmen will. Ich sage mal, im Mittelalter beispielsweise, da haben ja die Menschen fest darauf gewartet. Darüber hatten wir, glaube ich, sogar in der letzten Folge kurz gesprochen. Da haben die Menschen ja wirklich fest darauf gewartet, dass die Erde bald untergeht, dass das jüngste Gericht kommt. Das war ja eine Sache, von der die Menschen ausgingen, dass es in ihrer Lebenszeit passiert. Deswegen hat man damals natürlich wirklich jedes astronomische Ereignis als Zeichen gewertet. Also irgendwelche Sonnenfinsternissen oder so etwas waren da bereits ein Zeichen dafür. Wenn wir das Ganze jetzt aber ein bisschen seriöser angucken, dann würden mir potenziell zwei Ereignisse gerade ganz spontan einfallen, die zeitlich extrem weit auseinander liegen. Das erste ist nämlich vor 70.000 Jahren gewesen. Also wir gehen jetzt kurz in die Steinzeit rein. Das werden die Höhlenmenschen damals natürlich nicht so interpretiert haben können. Hätten wir damals gelebt, dann hätten wir das vielleicht aber so interpretieren können. Da gab es einen anderen Stern, der unser Sonnensystem gekreuzt hat. Das bedeutet, die Höhlenmenschen haben zumindest für mehrere Wochen bis Monate einen relativ hellen, roten Punkt am Himmel gehabt, der sich dann langsam wieder entfernt hat. Das war ein Stern, der ist nicht besonders nah durch das Sonnensystem gekreuzt, also nicht durch das Innere, sondern durch die Ortsche Wolke. Das ist der äußere Bereich. Und der war auch immer noch, ich muss mal gerade nachdenken, ich glaube, der war sogar immer noch hunderttausendmal weiter weg von der Sonne als die Erde. Aber so ein Objekt kann bereits einen riesigen Schwarm an Asteroiden in das innere Sonnensystem steuern und damit natürlich dann dafür sorgen, dass wir ganz viele Killer-Asteroiden haben, die auf die Erde stürzen. Ist aber halt nichts passiert, vermutlich, weil er so weit weg war, wobei man dazu sagen muss, in drei Millionen Jahren wird ein weiterer Stern tatsächlich unser Sonnensystem kreuzen. Das ist Klisee. Und Klisee wird nur achttausendmal so weit entfernt von der Sonne sein wie die Erde, also eine gewaltig geringere Differenz. Und dieser Stern, der hätte dann tatsächlich die Chance, eine Apokalypse herbeizuführen. Wenn wir jetzt aber zeitlich ein bisschen näher an heute rangehen würden, dann wäre das Einzige, was mir einfällt, tatsächlich kein natürliches Ereignis, sondern der Kalte Krieg. Also die Menschen gingen ja schon sehr stark davon aus oder viele Menschen, dass wenn der nukleäre Krieg anfängt, dass das dann das Ende der Menschheit erbringen kann. Okay. Ja, dann sind wir auch schon beim richtigen Thema, nämlich bei Hochkulturen per se. Es gibt diese These, dass auf jede Hochkultur immer der Kollaps wartet. Das ist eine These, die ist vor allem beliebt, wenn man in die Historie blickt, weil es da eben diese Stringenz gibt. Gibt es die tatsächlich wirklich auch aus wissenschaftlicher Sicht? Ist es eigentlich klar, dass auch auf uns als Hochkultur der Kollaps wartet? Also ich muss natürlich jetzt vorab den Disclaimer rausgeben, ich bin kein Historiker, muss man ja dazu sagen. Habe aber natürlich ebenfalls davon gehört, damit verbunden gibt es diesen Mythos, dass im Durchschnitt jede Zivilisation irgendwie alle 250 Jahre kollabiert. Auch eine sehr, sehr erfundene Zahl. Ich glaube, dass man das sehr kontrovers betrachten muss, weil nicht überall sind Zivilisationen wirklich hart kollabiert. Sie hatten Höhepunkte, danach kamen sicherlich tiefere Phasen, aber die Menschheit hat sich ja auch immer weiterentwickelt. Es gibt ja nur sehr wenige Instanzen, zum Beispiel als die Römer damals Britannien verlassen haben, wo man wirklich sehen konnte, wie erstmal für einen längeren Zeitraum so Lebensstandardentwicklung und sowas wirklich stark rückläufig war. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben nämlich heute immer so den Mythos, dass die Antike so weit entwickelt war und dass dann wirklich alles im Mittelalter komplett nach hinten erstmal losging, obwohl Innovation im Mittelalter definitiv auch existierte. Man muss halt sagen, nur Innovation ist immer dann am stärksten und das hatten Hochkulturen halt historisch immer, wenn die Menschen am meisten vernetzt waren, wenn es große Städte gab. Jetzt haben wir heute natürlich eine komplette Globalisierung, das hatten wir so in der Vergangenheit noch nicht. Deswegen können wir nicht wirklich, glaube ich, das ist jetzt meine Meinung, die Vergangenheit als Vorbild dafür nehmen, weil wir noch gar nicht wissen, wie ein Kollaps hier aussehen sollte. Wenn jetzt einzelne Staaten hier kollabieren, dann kann das natürlich die Infrastruktur vor Ort zerstören, aber am Ende des Tages kann das alles wieder aufgebaut werden und die Menschen verlieren nicht komplett den Anschluss oder werden komplett wieder in eine vergangene Zeit geworfen, weil es eben das Internet gibt. Das heißt, so ein Kollaps müsste, glaube ich, mittlerweile auf einer viel globaleren Ebene passieren oder zumindest sehr, sehr viele Länder gleichzeitig betreffen. Also irgendwelche Vergleiche mit dem Untergang des Römischen Reichs etc. machen einfach so nicht so richtig viel Sinn. Weil ich es oft lesen. Ja, ja, da werden auch sehr häufig Mythen reingeworfen, das kommt noch dazu. Erstmal darf man nicht vergessen, das Römische Reich, das existierte noch, also als Christopher Columbus offiziell Amerika entdeckt hat. Ich sage offiziell, weil es gab ja noch Leif Eringson und so, aber da lebten noch immer Menschen, die sich selbst als Römer bezeichnet haben. Man darf nicht vergessen, dass das Römische Reich gespalten wurde später und es ist nicht komplett untergegangen. Da kommt jetzt gerade ein bisschen der Historiker-Nerd raus. Und es wird auch immer so getan, als wenn das Römische Reich irgendwie wegen Degeneration oder Fahrlässigkeit oder sowas untergegangen ist. Aber es gab viele, viele sozioökonomische und militärische Faktoren, die dafür gesorgt haben. Da wird auch so viel Mythos reingeworfen jedes Mal. Dementsprechend, nee, ich würde es nicht als Vorbild nehmen. Prinzipiell ist es auch der Fortschritt gewesen, der das Römische Reich irgendwie dann irgendwann in das Ende gestoßen hat, muss man auch sagen. Es ist ja eine fortschrittliche oder beziehungsweise eine fortschreitende Entwicklung auch in der Gesellschaft und auch in der Vernetzung, die das Römische Reich tatsächlich geschwächt hat. Es gibt ja die spannende Theorie, das ist nicht geeignet für diese Art von Podcast, da können wir leider zu wenig zu sagen, aber es gibt die spannende Theorie, da habe ich mich auch mal gerne reingelesen, dass das Römische Reich eventuell sehr, sehr nah an der industriellen Revolution dran war, weil die hatten ja die Dampfmaschine, die ja mehr oder weniger der Startschuss der industriellen Revolution damals war, die hatten die zwar noch nicht, aber die haben ja bereits Dampf genutzt für verschiedene Anwendungsbereiche und die hatten auch bereits die richtigen Materialien, um diese Maschine zu produzieren und die hatten auch teilweise schon verschiedene Bauten gehabt, also zum Beispiel jetzt, um irgendwie sich um Weizen zu kümmern oder sowas, die anmaßend in die richtige Richtung gingen, das heißt, es fehlte quasi noch dieser Kroschen, der fallen musste, diese richtige Entdeckung, damit eigentlich alles schon mal hätte in diese Richtung laufen können. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend gewesen, aber das geht jetzt komplett an unseren Inhalten vorbei, muss man dazu sagen. Wäre auch mal eine spannende Folge. Kommen wir zurück zu Naturkatastrophen und auch da noch mal zu den Vulkanen, weil Vulkane sind tatsächlich ein Thema, jetzt gerade ja auch wieder auf Island und man liest tatsächlich relativ regelmäßig über Magmablasen. Da gibt es dann die eine riesige Magmablase unter den Balearen, da gibt es die Magmablase in Italien, dann gibt es eine in irgendwo, dann noch irgendwo eine zwischen den Erdkrusten, dann gibt es auch rasant wachsende Magmablasen und ich weiß noch, dass vor 10 oder 15 Jahren war das so ein Riesenthema, weil es super Clickbait war und da wurde tatsächlich auch gesagt, dass sowas zum Weltuntergang oder zum Ende der Zivilisation führen kann. Ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass ein Vulkanausbruch, selbst ein Supervulkan, wirklich dazu führen kann. Wir haben ja tatsächlich zu einem gewissen Grad sogar ein etwas lustiges Szenario. Also ich habe es ja eben schon angesprochen, es gibt einen Vulkan, der wird hier immer als Beispiel genannt, der tatsächlich gefährlich werden könnte. Das ist der eine Supervulkan, welcher wirklich noch ausbruchgefährdet ist, soweit ich weiß, sogar noch in unserer Lebenszeit und das ist Yellowstone. Yellowstone in den USA, der liegt auch so wunderschön in der Mitte. Es gibt so ein schönes Bild von einem Radius, wo der Schaden anrichten kann. Das ist einfach so die gesamte Fläche der USA. Ich meine, die meisten Menschen da wohnen an der Ost- und Westküste, das heißt, die betrifft das nicht generell, aber es ist wild, das so zu sehen, so einfach die Mitte des Landes so weggefegt werden könnte. Das liegt erstmal an der gewaltigen Asche, die ausgeworfen wird mit einer Staubwolke, einer Aschewolke. Man darf nicht vergessen, wenn ich Staubwolke sage, dann reden wir hier von einem unglaublich heißen Ding, also sehr gefährlich. Das bewegt sich aber zum Beispiel nur mit 27 kmh, habe ich letztens gelesen. Das heißt, man kann sogar mit einem Auto da einigermaßen entkommen. Diese Ereignisse könnten, wie schon gesagt, 100.000 Menschen direkt um die Ecke bringen und natürlich durch eine gewaltige Zerstörung von Infrastruktur, aber vor allen Dingen auch gewaltigen Ernteausfällen, dann nochmal eine ganze Menge mehr. Was halt in der Vergangenheit, wenn wir jetzt wieder Parallelen zu den Massenaussterben ziehen, was da halt immer das Problem war und was uns dann auch betreffen würde, ist, dass die gewaltige Menge an Asche, diese Supervulkane, in die Luft werfen können, dass die ja tatsächlich den Himmel ein bisschen verdunkeln können. Nicht so, dass wir jetzt ewige Nacht hätten, aber eben so, dass die globalen Temperaturen sinken würden. Jetzt ist es sehr debattierbar, wie stark das passieren kann, aber das wäre natürlich insofern ein bisschen eine witzige Situation für uns, als dass das natürlich das Gegenmittel zum menschgemachten Klimawandel wäre. Natürlich kein sehr gut reguliertes Gegenmittel, verstehe mich nicht falsch, das wäre eine Katastrophe. Wir würden gewaltige Ernteausfälle in die andere Richtung haben, weil es dann weniger Tage im Jahr gibt, wo es Erntesaison ist. Das heißt, auf lange Zeit könnte das Millionen von Menschen, sage ich mal, um die Ecke bringen, ganz einfach wegen den Hungersnöten, die dadurch entstehen könnten. Aber diese Ereignisse wären auch temporär. Also die Asche im Himmel, die wäre sehr temporär, die verschwindet vermutlich relativ früh wieder. Wie lange dauert sowas? Kommt sehr drauf an. Da ist man sich unsicher, aber Wochen, Wochen eigentlich nur. Also es wird teilweise von Jahren gesprochen, aber bisherige Vulkanausbrüche, da war das nach zwei Wochen wieder weg. Die Effekte, die jetzt bleiben, die können aber für ein paar Jahre bleiben, was also die Schwierigkeit der Ernte betrifft oder so etwas, weil das sammelt sich halt alles dann oben in der Atmosphäre. Da der menschgemachte Klimawandel aber weiter voranschreitet, würde uns das im Grunde ein paar Jahrzehnte, vielleicht, wenn es ganz extrem wird, ja ein paar Jahrhunderte zurückwerfen, was das globale Klima betrifft. Man könnte, wenn man ganz mobile ist, das vielleicht sogar als Vorteil wieder ein bisschen auslegen. Aber ich glaube, da würden mir jetzt Klimawissenschaftler widersprechen, weil unkontrollierte Klimaereignisse, besonders von dieser Wucht, die sind sehr selten ein Vorteil. Man darf nicht vergessen, das Ökosystem, wenn das sich jetzt auf einmal wieder in die gesamte andere Richtung anpassen muss, das wird dadurch nicht unbedingt glücklicher. Ja, und dann kommt der Menschenfeind Tim Vollard wieder raus. Das muss man auch gleich sagen. Boah, das will ich jetzt ja nicht so sagen. Naja, also grundsätzlich wäre es auf jeden Fall eine Riesenkatastrophe. Aber es kann uns nicht auslöschen, das ist auf jeden Fall wichtig. Nicht mal im Ansatz, muss man ganz klar sagen, also nicht mal im Ansatz, es könnte auch keine relevante, keine relevante Prozentzahl der Menschen würde durch so einen Yellowstone-Vulkanausbruch ausgelöscht werden. Ja. Und das ist ja zum Beispiel wirklich interessant, weil das wird, wenn man so durch die Presse durchgeht und nach solchen Ereignissen oder nach so einer Berichterstattung sucht, wird das auch gerne mal anders dargestellt. Liegt natürlich ein bisschen daran, dass wir hier ein bisschen abgebrüht darüber reden, weil in unserer Folge hier geht es wirklich um die Frage, wie löschen wir die Menschheit aus? Die Menschheit auszulöschen ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr unwahrscheinlich. Natürlich müssen wir dann jetzt hier so reagieren, dass wir sagen, okay, so wenn jetzt halt 20 Millionen Menschen weniger auf diesem Planeten sind, dann ist das für uns noch keine prozentuale Relevanz. Das ist natürlich für die Presse schon wesentlich anders gehandelt wird, das ist klar. Na gut, auch rein menschlich ist es natürlich dann anders, aber es geht ja tatsächlich... Das beschäftigt uns ja hier nicht. Ja, wenn wir jetzt gerade bei den Vulkanausbrüchen sind und den Folgen in der Atmosphäre, ist das so ähnlich, wie wenn es jetzt zum Beispiel einen globalen atomaren Krieg geben würde? Ah, an dem Thema dürfen wir auf keinen Fall vorbeireden. Genau, wenn wir natürlich jetzt uns die Frage stellen, wie kann die Menschheit ausgelöscht werden, dann werden Atomkriege immer gerne als erstes Beispiel genannt. Atomkriege können uns aber nicht auslöschen. Und das ist jetzt ein sehr spannendes Thema, weil es extrem kontrovers ist. Also wir müssen die Uhr jetzt ein paar Jahre zurückdrehen auf das Jahr 1983. Im Jahr 1983 hat eine Gruppe von Physikern, von Wissenschaftlern, die haben unter anderem Vulkanausbrüche studiert. Damals gab es einen Vulkanausbruch, bei dem über einer Insel zwei Wochen lang der Himmel verdunkelt war. Und zu dem gehörte einer der berühmtesten Populärwissenschaftler der damaligen Zeit in den USA, nämlich Carl Sagan. Und die haben basierend auf Vulkanbeobachtungen damals ein Paper entwickelt, in dem sie dafür argumentiert haben, dass nicht mal alle Atombomben auf der Erde, sondern nur ein paar Hundert gebraucht werden würden, um tatsächlich einen nuklearen Winter herbeizuführen, also wirklich so viel Asche in die Atmosphäre zu werfen, dass über viele, viele Jahre hinweg gewaltige Ernteausfälle kommen würden, dass die Menschen krank werden würden auf der ganzen Erde durch radioaktive Strahlung und so weiter und so fort. Dieses Paper hatte aber gewaltige Lücken. Also die haben da sehr lose, unbewiesene Annahmen aufgebaut. Erstmal tatsächlich ganz einfach die Annahme, dass Atombomben tatsächlich so viel Material in die Atmosphäre schießen könnten. Wissen wir gar nicht, ob das überhaupt geht. Dann die Annahme, dass das tatsächlich so lange da oben bleibt. Und nochmal, bei dem Vulkanausbruch, den die vorhin untersucht haben, waren das zwei Wochen. Also eine gewaltige Differenz. Und eben, dass die Folgen wirklich so enorm wären, insbesondere mit Blick auf radioaktive Strahlung. Das ist ein sehr, sehr kontroverses Thema. Es kann sein, dass jetzt sich welche dem Podcast anhören, vielleicht welche aus dem Bereich der Physik, welche jetzt eine ganz andere Meinung haben werden, als jede ich äußere. Aber ich persönlich glaube, dass das nicht möglich ist, dieser nukleare Winter. Es gibt einige, die dagegen gesprochen haben. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin nicht unbedingt in populärer Gesellschaft. Also einer der größten Kritiker von Carl Sagan war damals Teller. Teller ist auch einer der berühmtesten Physiker der USA gewesen und unter anderem der Vater der Wasserstoffbombe. Der kommt ja auch sehr prominent in dem Film Oppenheimer vor. Aber ein Typ, der dafür argumentiert hat, dass man halt Atombomben für Infrastrukturprojekte nutzen sollte, um quasi Löcher irgendwo rein zu begraben, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Quelle, wenn es um nukleare Sicherheit geht, muss man dazu ganz klar sagen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr kontroverses Thema und es gab mehrere weitere Veröffentlichungen zu dem Thema, die enorme Schwankungen hatten. Also das letzte kam irgendwie 2014 rein oder sowas. Enorme Schwankungen, wie lange der nukleare Winter dauern würde. Alle wurden aber kritisiert, weil sie nicht wirklich, ähm, ähm, nicht wirklich feste Annahmen haben konnte, vielleicht zum Glück, auf denen sie aufbauen konnten. Ähm, interessant ist auch, dass, dass Carl Sagan und die anderen Wissenschaftler, dass jetzt die relativ schnell, ähm, stattdessen beschlossen haben, statt das jetzt wissenschaftlich, offiziell, auf dem wissenschaftlichen Weg weiter zu verfolgen, dass die stattdessen an die Presse gegangen sind und den großen, populären Magazinen eben die, ähm, Artikel zum, 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 zum nuklearen Winter veröffentlicht haben. Also das Ganze war auch eine gewaltige, gewaltige politische Kampagne damals, natürlich mit einem noblen Ziel, nämlich die Menschen Angst vor einem Atomkrieg machen, damit sie weniger schnell dazu bereit sind. Man darf aber zum einen nicht vergessen, dass Atombomben mittlerweile weniger radioaktiv und wesentlich kleiner sind als früher, weil Atombomben mittlerweile taktischer sind, das heißt also, es ist nicht mehr so, dass man möglichst viel Fläche vernichten will, sondern man will den Feind direkter treffen und eben, dass die, ähm, Radioaktivität nicht ewig bleibt. Also Fallout-Szenarien, Fallout dürfte ja vielen Zuhörern ein Begriff sein, ähm, die darf man eigentlich gar nicht erwarten. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt einen Atomkrieg hätten, heißt das natürlich nicht, dass man irgendwie schon ein Jahr später sicher in den Wald gehen kann und Pilze sammeln kann. Das ist natürlich, äh, das kann man sich natürlich abschminken. Ich sag nicht, dass die Folgen nicht katastrophal sein werden und eine Sache, eine Sache steht, die ist trotzdem sehr, sehr gut möglich, ähnlich wie bei Vulkanausbrüchen, könnten wir wieder ein bisschen, äh, zurück in die Eiszeit geworfen werden. Man darf aber auch hier nicht vergessen, noch, zumindest für die nächsten Jahre, noch befinden wir uns gerade auch noch in der Eiszeit. Okay. Also diese nukleare Verseuchung, äh, die würde jetzt, äh, nicht zu einer kompletten Auslöschung führen. Ähm. Genau. Also ich vergleiche das immer gerne, äh, meine Oma, die wohnt im Bayerischen Wald und, ähm, aufgrund von Tschernobyl beispielsweise, ähm, gibt es da eine hohe Belastung. Man sollte da nicht unbedingt wild essen. Ähm, es gibt auch definitiv da eine deutlich höhere Krebsrate in den, äh, in den, äh, in den, äh, in den Dörfern. Äh, also es ist wirklich fast jeder, der irgendwann, äh, Krebs bekommt dort. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ähm, wie stark diese Korrelation dann wirklich ist, weil ich letztens dann gelesen habe, dass, äh, die atomare oder die nukleare Verseuchung durch, ähm, durch Tschernobyl noch gar nicht so durchgedrungen ist, sondern dass es da um, äh, auch um atomare Tests aus den Fünfzigern ging, ähm, die jetzt aktuell sozusagen, ähm, schon zu einer Verseuchung führen. wie lange dauert das? Weil man liest ja immer, dass zum Beispiel das Abbauen, das dauert ja tausende Jahre. Auf der anderen Seite sieht man aber in Tschernobyl selber aktuell, die Natur hat sich schon wieder extrem gut erholt. Ne? Es gibt ja, also Flora und Fauna und auch die Tierwelt, das ganze Ökosystem, äh, äh, ist ja weiter da und, ähm, man sieht dort gesunde Tiere, also die Natur hat sich angepasst. Äh, man darf, ähm, eine Sache vorab nicht vergessen, ähm, man darf nicht vergessen, wie krass Tschernobyl war als Katastrophe. Also wenn die den nuklearen Reaktor damals ja nicht gestoppt hätten und den quasi in das Grundwasser unter Tschernobyl hätten durchfräsen lassen, also dass der sich durchgeschmolzen hätte nach unten, dann hätte der tatsächlich einen relativ relevanten Teil von Europa, ähm, unbewohnbar gemacht. Einfach nur, weil dieses, 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 dieses Ding mit seiner gewaltigen radioaktiven Strahlung das gesamte Wasser vergiftet hätte. Also die Ukraine, relevante Teile von Russland, aber bis rein in Ostdeutschland, die, die wären dann radioaktiv verstrahlt gewesen auf einer Skala, wie das jetzt der Abwurf einer Atombombe in der Region niemals geschafft hätte. Ähm, das, das ist, das ist tatsächlich ein sehr gruseliges Szenario, liegt aber auch daran, dass die, dass die Russen oder beziehungsweise die Sowjets da wirklich eine hirnverbrannte Technologie benutzt haben. Das ist aber ein Thema für, für eine andere Folge. Also die, es war ja so, dass die Sicherheitsmaßnahmen für, für Tschernobyl, also die, 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 die Möglichkeiten, den Reaktor abzuschalten, dass die erst dafür gesorgt haben, weil, ähm, die in Wirklichkeit Verstärker waren für diese, für diese nuklearen Reaktionen, dass die erst dafür gesorgt haben, dass das Ganze überhaupt so katastrophal geworden ist. Wie auch immer, hm, man darf nicht vergessen, dass Tiere wesentlich früher sterben als Menschen. Es gibt auch noch Menschen, die im Bereich von Tschernobyl wohnen, und zwar sind das meistens sehr alte Menschen, ja. Wenn du 80 bist, dann kannst du natürlich in ein verstrahltes Gebiet ziehen. Ich meine, wovor hast du Angst? Dass du mit 95 Krebs bekommen wirst? Die, ähm, die Tiere da, die haben, die, die nehmen das nicht mit, weil du in 10 Jahren als Hund beispielsweise eher kein Krebs entwickelst, welcher relevant ist. Das heißt, es ist also nicht so, das muss man festhalten, als wenn die jetzt irgendwie eine größere Strahlenresistenz zwangsweise entwickelt haben. Ob das jetzt generell möglich ist, das kann ich gar nicht sagen. Aber es ist meistens einfach so, dass die das nicht stark genug belasten kann. Was jetzt die Abbauzeit betrifft, bei Chernobyl bin ich mir gar nicht sicher, Jahrtausende trifft es. Ähm, bei einer Atombombe ist es halt so, wenn wir jetzt mal auf, äh, stattdessen mal auf Hiroshima und Nagasaki gucken, dass, ähm, die Strahlung halt schneller abgebaut werden kann, ja. Also, du kannst zum Beispiel jetzt auch mittlerweile Material kaufen, Trinitied heißt das, das ist von, ähm, von den, von den Tests, den Test der Trinity, dem Trinity-Test von der ersten Atomexplosion, den, den, den Oppenheimer damals durchgeführt hat, ähm, dieses Material, das kannst du einfach so unter Hand halten. Wäre es gesund, das jetzt unbedingt zu essen? Vielleicht nicht. Aber, ähm, es ist nicht mehr viel radioaktiver als beispielsweise der Flug eines Flugzeuges. Radioaktive Strahlung, eine Atomexplosion bleibt wirklich nicht ewig. Nach vielen Jahrzehnten ist da ein Großteil einfach weg durch natürliche, durch natürliche Effekte unserer Umgebung. Also die Natur, die spürt da quasi viel sauber. Ähm, jetzt haben wir schon über, äh, die Folgen gesprochen bei Strahlung. Ähm, wenn wir jetzt mal weitergehen und, äh, uns überlegen, was, ähm, tut dem Menschen nicht gut? Oder was hat dem Menschen, äh, tatsächlich auch, äh, schon, äh, in einer Vielzahl dahingerafft? Dann sind das Pandemien. Das, ähm, sieht man auch in der Historie. Da haben wir beispielsweise die Pest. Die hat, äh, schätzungsweise zwischen 75 bis 200 Millionen Menschen, äh, das Leben gekostet. Ähm, dann hatten wir aber auch, und das finde ich immer ein sehr, sehr interessantes Thema, weil es halt einfach noch nicht so lange her ist, die spanische Grippe, äh, die, glaube ich, 1918 bis 1919, ähm, datiert wird. Und, äh, die hat auch 50 bis 100 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und, äh, das ist schon eine Zahl, die halt wirklich, äh, massiv ist. Und da ist natürlich die Frage auch angesichts der, äh, Corona-Pandemie, ähm, die jetzt zwar dann nur Hunderttausende, in Anführungsstrichen, das Leben gekostet hat, aber was ist mit einem Virus, was ist mit einer Grippe, was ist mit einer Pandemie? Also natürlich auch hier der Disclaimer, ich bin kein Virologe, das heißt, über die Beschaffenheit von Viren würde ich relativ wenig sagen. Ähm, trotzdem ein paar Sachen kann man auf jeden Fall dazu sagen. Erstmal ein Virus könnte uns nicht alle umbringen. Das ist natürlich eine Sache, die haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Durch reine Masse siegt der Mensch jedes Mal. Die, also Corona hat ja auch nicht jeden Menschen erreicht beispielsweise. Es gibt sehr viele Menschen auch in Deutschland, die das nicht hatten. Es gibt aber auch sehr viele Landstriche auf der Erde, in denen das niemand hatte, weil das da quasi nicht wirklich angekommen ist. Trotzdem natürlich der Gedanke, dass ein Killer-Virus extrem viele Menschen auf der Erde, sagen wir mal schon, einen relevanten Anteil, 50 Millionen, 100 Millionen, das wäre ein sehr, sehr relevanter Anteil. Das könnte ja, wenn wir jetzt in Extremszenarien reingucken, noch viel höher gehen. Das ist ein Szenario, was nicht unmöglich ist. Wir hätten eine Quelle, wo das sogar herkommen könnte, so ein Virus, nämlich aus irgendwelchen Permafrost-Gebieten in der Antarktis. Wenn da irgendein alter Virus aufgetaut wird, welcher gerade nicht da ist, dann könnte der uns richtig fertig machen. Und natürlich könnte damit ein Virus ein Wegbereiter sein für unser Aussterben. Wir brauchen ja diesen Geburtenkollaps, die Senkung der Bevölkerung auf der Erde, damit wir tatsächlich wieder gefährdet sein können. Und wenn ein Virus natürlich schon mal einen großen Teil von uns wegnimmt, dann ist das ein guter Start in die richtige Richtung. Jedoch muss man sagen, dass Viren es ja auch ein bisschen schwer haben. Ein Virus muss ja immer einen gewissen Mix haben aus der Tödlichkeit, die er hat, wie er die Menschen um die Ecke bringt, und eben der Leichtigkeit, mit der er verbreitet werden kann. Und umso tödlicher ein Virus ist, umso schwerer kann er sich verbreiten, weil die Hosts meistens zu schnell irgendwelche Symptome entwickeln und dann daran sterben, bevor sie ihn gut weitergeben können. Das haben wir ja während Corona erlebt. Das Problematische am Coronavirus war ja seine Inkubationszeit, also die Zeit, in der man Corona bereits hatte, die es aber nicht bemerkt hat und dadurch das bereits weitergeben konnte an andere. Sowas wäre natürlich für ein Virus dieser Art extrem entscheidend. An diesem Punkt ist tatsächlich meiner Meinung nach eigentlich die beste Zeit, um mal kurz anzusprechen, dass wir natürlich nicht nur einfach uns auf unsere Masse verlassen müssen, an Menschen, sondern dass wir natürlich auch ganz konkrete Vorbereitung haben, tatsächlich auf der Erde verteilt, um so oder so die Menschheit vor dem Aussterben zu schützen. Es gibt zum Beispiel eine Station auf der Antarktis, die hat wirklich alles eingelagert, insbesondere auch eine gewaltige Samenkammer, damit tatsächlich im Falle des Falles Menschen dort sich quasi einbunkern können, nicht mehr rauskommen müssen und jede Katastrophe abwarten können. Es gibt auch weitere Bunker auf der Erde, die darauf ausgelegt sind. Das heißt also, für den schlimmsten Fall hätten wir sogar einen Plan B, Plan C, Plan Z, wie auch immer man das nennen will. Ich persönlich würde aber nicht sagen, dass das unser Aussterbeszenario irgendwie verhindert, denn wenn natürlich jetzt am Ende nur noch 100.000 Menschen da sind und wir quasi näher an einer Größe dran sind, die der Neandertaler in seiner Zahl früher hatte, dann sind wir auch wieder an einem Punkt, wo wir tatsächlich aussterben können. Können, ja, aber nicht müssen unbedingt. Nö, nö, das hängt dann im Endeffekt alles, darüber wäre gerade doch gar nicht so genau gesprochen, das hängt ja auch alles dann mit unserer Bevölkerungszahl beziehungsweise unserer Populationsentwicklung zusammen. Es ist ja schon so, dass wir ein bisschen das Problem haben, dass der Mensch nicht unbedingt aus Vorsicht auf die Gesamtentwicklung der Menschheitsbevölkerung oder so etwas sich fortpflanzt oder nicht fortpflanzt. Wir denken nicht so gesamtgesellschaftlich. Das heißt, ich würde persönlich es zumindest nicht als unmöglich einstufen, dass wenn jetzt irgendwann mal so eine Megakatastrophe passiert, dass der Mensch dann in den Jahrhunderten oder Jahrtausenden danach praktisch ausstirbt, genauso wie der Neandertaler, weil er sich nicht genug fortpflanzt und sich nicht genug Gedanken über dieses Thema Fortpflanzung macht. Jetzt haben wir aber eigentlich auch schon gelernt, dass es eigentlich immer dieser, Kettenprozess ist, der irgendwie auch dazu führt, dass es richtig gefährlich werden kann beziehungsweise dass es gefährlich wird im Sinne der gesamten Auslöschung. Das wäre beispielsweise bei einer Pandemie auch auf verschiedenen Ebenen so. Also wir haben es ja jetzt bei Covid beispielsweise gesehen, das führt nicht nur zu einer unmittelbaren Gefahr durch den Virus, sondern es führt zu politischen Unruhen, zu gesellschaftlich, gesellschaftlichen Unruhen und je nachdem, wenn es wirklich eine Katastrophe gibt, die beispielsweise das Ausmaß von einer Pest oder auch von einer spanischen Grippe hätte, dann weiß man natürlich nicht so genau, was passiert sonst noch alles danach und wenn dann beispielsweise, so wie du sagst, schon deutlich weniger Menschen auf der Erde weilen und dann passiert eben noch was on top, dann kann es natürlich dazu kommen, dass wir uns wirklich maximal dezimieren. Grundsätzlich ist es aber natürlich ein interessantes Learning bisher, was wir besprochen haben, dass wir sozusagen immer über Ketten sprechen müssen, was passiert alles noch danach, was könnte auch unabhängig von dieser Kette dann danach noch passieren, wie verhalten wir uns beispielsweise auch nach einer Katastrophe. Tatsächlich finde ich aber auch, dass wir vielleicht auch wieder anders anfangen müssen zu denken, also wie wir selber auch unseren Erhalt irgendwie besser gestalten können. Ja. Ja. Also, ja, nee, ja, ganz groß, ja. Vorab muss man sich eine Sache vor Augen führen, das geht in dieses Denken mit rein. Wenn wir von dieser Verkettung von Szenarien sprechen, die uns zum Aussterben bringen, dann ist das keine Sache, die in 50 Jahren passieren muss. Dann ist das keine Sache, die in 10 Jahren passieren muss. Wir reden hier von Ereignissen, die Jahrhunderte auseinanderliegen können. Wir können in diesem Jahrhundert den Killer-Virus haben und in 200 Jahren den Atomkrieg, aber wenn der Killer-Virus bereits so viel Vorarbeit geleistet hat, dass sich in 200 Jahren die Bevölkerung nicht wieder erholt hat, dann kann das trotzdem richtig stark zusammenhängen. Wir müssen auf jeden Fall da ein großes Umdenken entwickeln. Umso weiter wir uns technologisch weiterentwickeln, umso mehr muss die Menschheit sich überlegen, wie können wir uns auf lange Zeit schützen. Ich habe das im Monolog bereits angesprochen, aber tatsächlich, das ist kein Sci-Fi-Gedanke, würde eine Entwicklung raus in den Kosmos dafür sorgen, dass das Überleben der Menschheit auf eine viel, viel längere Zeit gesichert ist. Und ansonsten liegt das ganz einfach an uns auch dafür zu sorgen, dass wir eben mehr als Gesamtgesellschaft denken, dass wir gesellschaftlicher agieren und dazu zählt tatsächlich, dass wir da auch kälter auf die Zahlen gucken müssen, dass wir uns wirklich überlegen müssen, okay, wie muss ich jetzt vielleicht doch meinen Teil dafür tun, in die Richtung, auch zahlenmäßig, in die sich die Menschheit entwickelt. Und vieles davon passiert automatisch, ja, also ich sage mal, wenn wir jetzt zu wenig Kinder in Deutschland haben, ab einem gewissen Punkt, dann funktionieren die Rentensysteme nicht mehr, dann ist der Mensch wieder gezwungen, tatsächlich, wenn er eine Rente haben will, Kinder zu haben, weil die sich quasi um ihn kümmern müssen, aber nicht alles passiert automatisch. Bei vielen muss der Mensch da auch selber mitagieren und eben immer daran denken, dass wir eine Spezies sind und dass wir nicht ewig hier sein werden, dass wir irgendwann irgendwie verschwinden werden und dass er das selber mitten in der Hand hält, wie das passieren wird. Okay, das ist ein sehr expansiver Gedanke, den du da hast. Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, gäbe es auch noch einen anderen? Ist es jetzt grundsätzlich in deiner Argumentation so, dass du sagst, die Gesamtzahl von uns ist tatsächlich mit das Wichtigste, damit wir möglichst lange als Menschheit so bestehen können? Die Diversifizierung, könnte man sagen. Die Ausbreitung, die Gesamtzahl jetzt gerade hat ja den Vorteil, dass der Mensch an jedem Winkel der Erde wohnt. Es geht ja nicht einfach darum, dass wir gerade acht Milliarden sind. Ich sag mal, würden wir acht Milliarden auf ein Gebiet von Indien quetschen und würde da ein Asteroid einschlagen, dann wären wir Geschichte. Dann wären auch acht Milliarden dann tot. Aber es ist die Ausbreitung. Und das ist nicht einfach ein expansiver Gedanke, aber einer, den ich tatsächlich auch so relativ hoch halte, also auch jetzt mal unabhängig von dem, worüber wir im Podcast reden, in meinem politischen Handeln. Ich habe mich sehr stark dafür eingesetzt, auch mit Olaf Scholz darüber gesprochen, dass endlich der Raumhafen in der Nordsee gebaut wird, was also auch Deutschland jetzt so langsam mal aufwacht und seinen Teil dafür tut, dass wir uns eben weiter ins Weltall ausbreiten. Und das kommt ja auch langsam Schritt für Schritt. Wir wollen jetzt den Mond erstmal kolonialisieren. Es soll ja später dann vermutlich gegen Ende des Jahrhunderts auch langsam der Mars kommen und dann sind ja auch weitere Objekte da draußen, die möglich sind. Vor allen Dingen können wir aber auf dem Mond und dem Mars erstmal sehr viel aufbauen. Für das Überleben der Menschheit wird das bereits eine gewaltige Differenz machen. Würdest du, also jetzt mal angenommen, es wird alles ein bisschen schneller von statten gehen, würdest du den Mond kolonialisieren? Wärst du da gerne mit dabei? Ja. Den Mars, den Mars auf keinen Fall. Den Mond ja, definitiv. Warum? Der Mars ist eine, also der Mond ist sicherlich auch nicht gerade ein Pracht zu Hause. Man darf aber nicht vergessen, dass der Mars eine hochradioaktive Wüste ist, die nur alle zwei Jahre dem richtigen Abstand zur Erde steht, was bedeutet, dass man mindestens zwei Jahre lang da bleiben muss, bevor man zurückreisen kann und wegen der Radioaktivität darf man eigentlich fast keine Zeit auf der Oberfläche verbringen. Stattdessen müssten die ersten Menschen in kleinen Bunkern unter der Erde wohnen und da wir nun mal begrenzt viel Infrastruktur mit Robotern oder sowas aufbauen können, wären das wirklich kleine Bunker unter der Erde und wir müssen viele Menschen hochschicken. Das bedeutet, du müsstest zwei Jahre lang mit anderen Menschen in einem Raum oder in zwei Räumen wohnen und wenn ihr euch dann nicht bis dahin gegenseitig abgestochen habt, dann ist das sogar schon ein kleines Wunder. Man darf nicht vergessen, dass wirklich jedes Experiment, das wir in dieser Richtung bisher durchgeführt haben, also wo wir Versuchspersonen in so einen Bereich reingepackt haben, dass das immer schief gelaufen ist. Wir haben bisher eine Erfolgsquote von 0%. Die NASA plant gerade das nächste und das ist ein ziemlich wichtiges Detail meiner Meinung nach, weil das letzte war in den 80ern, man muss dazu sagen, das hatte viele Schwächen, das lief nicht so professionell und obwohl die viele Lockerungen da drin hatten und sogar zwischendurch Leute rausgehen konnten, haben sich die Teilnehmer am Ende des Experimentes so sehr gegenseitig gehasst, dass sie nie wieder miteinander gesprochen haben, auch nachdem das Experiment vorbei war. Ja, Menschen sind einfach nervig. Egal, wir haben jetzt gerade, sind wir schon wieder eher bei der Zukunftsmusik. dazu kommen wir gleich noch. Jetzt wollen wir euch aber erstmal nochmal in die Historie schicken. Ihr wisst, was kommt. Der historische Teil. Viel Spaß. Ihr kennt sicherlich alle das Genre Endzeit-Epos. Für einige von euch dürfte es sogar zu den Favoriten gehören. Die Faszination für die untergegangene Erde ist groß. Das Thema aber ist noch viel, viel größer. Wir haben alle Filme wie Mad Max, The Walking Dead oder Armageddon im Kopf. Die Bilder erscheinen sofort vor eurem geistigen Auge. Deswegen lasst uns einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wie haben sich Menschen früher den Weltuntergang vorgestellt? Hier kommen meine Top 5 Weltuntergänge aus der Mythologie. Kommen wir zu Untergang 1, die Ragnarök in der nordischen Mythologie. Ja, die Ragnarök, das ist ein apokalyptisches Ereignis, das den Untergang der Götter und den Beginn einer neuen Ära markiert. In diesem Ereignis kämpfen die Götter und ihre Feinde in einem gewaltigen Endkampf, der die Welt in Brand setzt und sie in die Tiefe des Meeres versinken lässt. Trotz des Untergangs wird jedoch eine neue Welt aus der Asche entstehen. Und wenn wir doch schon beim Wasser sind, kommen wir doch direkt zu Untergang 2. Und diese Geschichte, die dürfte euch bekannt vorkommen. Die Geschichte der großen Flut. In der sumerischen Mythologie gibt es eine Erzählung von einer großen Flut, die die gesamte Menschheit auslöschen sollte. Der Gott Enlil befahl dem Helden Atrasis, ein großes Schiff zu bauen, um Mensch und Tier vor der Flut zu retten. Nachdem die Flut vorüber war, erließ der Gott Enlil einen Schwur, dass er die Menschheit nie wieder mit einer solchen Katastrophe bestrafen würde. Okay, 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 ihr habt noch nicht genug. Dann Untergang 3. Die Prophezeiung des Mardi. Im Islam gibt es die Prophezeiungen über den Mardi, einen zukünftigen Erlöser, der am Ende der Zeit erscheinen soll, um Gerechtigkeit auf der Erde herzustellen. Es wird geglaubt, dass seine Ankunft von apokalyptischen Ereignissen begleitet sein wird, wie beispielsweise Naturkatastrophen und Kriege, bevor er die Menschheit in eine Ära des Friedens und der Gerechtigkeit führt. Und damit sind wir schon bei der 4. Untergangsgeschichte und die kennt ihr alle. Die Legende von Atlantis stammt aus der griechischen Mythologie und beschreibt eine fortschrittliche Zivilisation, die durch eine kosmische Katastrophe versunken sein soll. Die genauen Umstände des Untergangs von Atlantis sind umstritten, aber es wird oft angenommen, dass die Insel durch ein Erdbeben oder eine Flut zerstört wurde. Und damit steht das große Finale an. Untergangsgeschichte Nummer 5. Die Vorstellung des Kali-Yuga. Im Hinduismus gibt es die Vorstellung von 4 Zeitaltern, von denen das Kali-Yuga das letzte und dekadenteste Zeitalter ist, geprägt von moralischem Verfall und spiritueller Dunkelheit. Es wird geglaubt, dass das Kali-Yuga mit einer kosmischen Katastrophe enden wird, die die Welt reinigt und den Beginn eines neuen Zeitalters markiert. Die 5 Geschichten, die ich ausgesucht habe, sie haben alle kleine Parallelen. Und egal in welcher Zeit, egal in welcher Region, Menschen hatten oft dieselben Untergangsvisionen. Woran das liegt und wie es dann in Wirklichkeit aussehen könnte, dazu kommen wir jetzt. Viel, viel Spaß! Ja, woran liegt das, Tim? Also, ich habe jetzt da diese 5 Geschichten rausgesucht. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber diese Untergangsgeschichten ähneln sich alle. Und das über die Kulturen hinweg, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte auch hinweg. Warum ist das so? Nun, natürlich hauptsächlich, weil man eine begrenzte Vorstellung davon hatte, wie die Erde untergehen kann. Irgendwelche Hochkulturen der Vergangenheit haben ja nicht gedacht, okay, Supernovas oder Klimawandel oder, oder, oder. Ich sage mal, Atomkrieg sowieso nicht zum Glück. Also, es sind, die hatten natürlich eine sehr begrenzte Vorstellung davon, was passieren kann. Ja, Stichwort Feuer kann vom Himmel regnen. Der Ozean reißt sich irgendwie auf. Die Erde reißt sich auf. Ist ein wiederkehrendes Motiv ja in allen möglichen Geschichten. Das baut natürlich auf, Ereignisse auf, die tatsächlich passieren konnten. Ja, Vulkanausbrüche, logischerweise, im Erdbeben, selbstverständlich. Irgendwelche Katastrophen in Ozeanen. Ja, bitte. Atlantis ist ja das beste Beispiel dafür. Eine Stadt, die tatsächlich verschluckt worden sein kann. Es ist ja sehr, es ist ja immer noch eine sehr große Debatte, ob Atlantis wirklich gegeben haben kann. Es ist eine sehr große Debatte, wann es Atlantis gegeben haben kann, weil es gibt auch Historiker, oder Historiker muss man natürlich zu der Zeit mit einem großen, muss man sehr in Anführungszeichen setzen, aber Historiker im antiken Griechenland, die bereits davon gesprochen haben, von Atlantis, als wenn das etwas wäre, das in weiter Vergangenheit lag. Aber wir hatten das bereits beim Thema Gott und Religion in der letzten Folge angesprochen, dass sich irgendwelche Mythen und Geschichten damals extrem effektiv verbreitet haben und sehr, sehr lange gehaftet sind, also über viele Jahrtausende hinweg. Sieht man ja auch daran, dass wir heute noch über Atlantis sprechen, weil diese Geschichten, weil diese Geschichten halt so speziell waren und dadurch konnten die sich in viele Kulturen reintragen. Dementsprechend gab es da viele Ähnlichkeiten. Das ist quasi eine ganz, ganz schwache, sozusagen, ja, Kammerflimmer-Version der Globalisierung. Jetzt haben wir im ersten Teil schon ganz viel über die Gegenwart, über die Historie gesprochen, weil man eben natürlich auch viel daraus lernen kann, beziehungsweise das sind die Erfahrungswerte, von denen wir eben sprechen können. Kommen wir ein bisschen zur Zukunft. Du hast in deinem Deep Dive über die technische Singularität gesprochen. Du hast sie zumindest kurz erwähnt. Das bedeutet sozusagen einen Technologiefortschritt, den wir so gar nicht mehr aufhalten können dann, weil beispielsweise KI irgendwann so automatisch funktioniert oder Menschen so viele Möglichkeiten haben, vielleicht auch selbst neue Erfindungen durch KI oder was auch immer zu selbst zu tätigen, dass wir sozusagen keine Kontrolle mehr darüber haben, was alles in dieser Zeit erfunden wird. Ist das richtig so halbwegs? So ungefähr genau. Also es braucht ja quasi eine gewisse Zeit, damit der Mensch auch neue Entdeckungen ein bisschen implementieren kann. Wenn wir jetzt mal wirklich uns die gesamte Menschheitsgeschichte angucken, nochmal für unsere Zuhörer. So die letzten 270.000 Jahre, dann sehen wir, dass Entwicklung am Anfang, weil wir auch wenige waren, die weit verteilt waren, dass die sehr langsam gingen. Nach Jahrtausenden wurde das Feuer entdeckt. Nach vielen weiteren Tausend von Jahren haben wir dann irgendwann die ersten Tiere quasi gezähmt. Am Anfang den Hund, später irgendwann das Pferd. Dann haben wir irgendwann die Bronzezeit gehabt. Aber dann ging es schneller und schneller und schneller und schneller und auf einmal kam immer mehr Innovation und immer mehr Innovation. Das krasseste Beispiel war ja dann, dass man 1900, dass es 1900 noch einen Artikel gab, einen Zeitungsartikel, der behauptet hat, dass es eine Million Jahre dauern würde, bis wir das Flugzeug erfinden. 1904 haben die Gebrüder White das erste Mal aus Holz und Stoff ein Flugzeug gebaut. 65 Jahre später ist der Mensch das erste Mal auf dem Mond gelandet. Man darf auch diesen krassen, diese krass winzige Zeitdifferenz zwischen diesen beiden Entwicklungen nicht ignorieren. Und jetzt sind wir natürlich mittlerweile 50 Jahre von der Mondlandung entfernt und man mag jetzt vielleicht denken manchmal, dass sich seitdem nicht so viel entwickelt hat, weil wir nicht auf weiteren Planeten gelandet sind. Aber die Rechenoperation, die Technologie, die mir damals benutzt wurde, das ist ja die Technik quasi, die heute in einem Taschenrechner drinsteckt. Also falls man überhaupt noch Taschenrechner kaufen will, braucht man ja gar nicht, weil wir Smartphones und so haben. Die Entwicklung geht immer schneller und schneller und wir können daraus tatsächlich eine mathematische Gleichung machen, also eine exponentielle Gleichung. Und wer jetzt in der Schule aufgepasst hat, der weiß, irgendwann ist der Punkt gekommen, da sieht die Gleichung praktisch aus, als wenn sie senkrecht nach oben gehen würde. Und wir stehen jetzt gerade wenige Jahre mathematisch gesehen, bevor wir diesen Punkt erreicht haben. Und dieser Punkt lässt sich nur damit erklären, dass halt neue Entwicklungen schneller kommen, als dass wir sie begreifen oder implementieren können. Und das geht eigentlich nur durch eine künstliche Intelligenz, welche wirklich so schnell Dinge runterrattert, dass wir da gar nicht mal mitkommen. Okay. Grundsätzlich habe ich zum Beispiel jetzt gerade das Gefühl, aktuell, auch durch KI natürlich, aber auch so grundsätzlich, dass ganz viele Dinge erfunden werden und die Menschheit grundsätzlich einfach nicht so weit ist, diese Technologie eigentlich zu benutzen. Und wir uns dann aus diesen Erfindungen irgendeinen kleinen Teil rauskristallisieren, der irgendwie besonders toll ist für uns, der vielleicht aber überhaupt jetzt gar keinen großen Mehrwert für die Menschheit hätte, aber aufgrund auf irgendeine anderen Sache eben für uns irgendwie faszinierend ist. Und dadurch entstehen Techniken, die dann irgendjemand auch zu Ungunsten vieler Menschen nutzen kann. KI ist ein gutes Beispiel dafür momentan. KI ist ein gutes Beispiel, aber es ist ja nicht nur KI. Also würdest du jetzt sagen, KI könnte uns irgendwann auslöschen oder ist es einfach grundsätzlich die Technologie oder der technologische Fortschritt und weil immer mehr Menschen dazu in der Lage sind, beispielsweise auch selber Sachen erfinden zu können? Ich würde sagen KI. Also natürlich der Mensch, wir können nicht sagen, wohin der menschliche Erfindungsgeist geht. Also das darf man natürlich nicht ignorieren. Aber wenn wir jetzt mal auf das gucken, was wirklich auslöschen kann, unabhängig davon ist, dass der Mensch mit vielen Sachen auch die ganze Zeit den Klimawandel vorantreibt, also das klammere ich jetzt mal aggressiv aus, dann müssten wir auch vor allen Dingen auf Waffen gucken oder dergleichen. Und da haben wir mit Atombomben eigentlich schon vorerst erstmal eine ziemlich hohe Decke erreicht. Sämtliche Ideen, was uns dann auch weiter gefährlich werden könnten, hängen bereits irgendwie mit KI zusammen, also irgendwelche Killer, Roboter, sonst irgendwas. Das fällt ja alle schon im Bereich KI rein. Das Besondere an künstlicher Intelligenz, was halt, wenn wir es mit der menschlichen Innovation vergleichen, was die halt gefährlicher macht, ist die Tatsache, dass der Mensch auch in den nächsten Jahrhunderten eine Obergrenze hat, wie intelligent er sein kann als einzelnes Individuum. Die muss eine künstliche Intelligenz nicht haben. Man muss jetzt erstmal etablieren, bevor ich weiterspreche, dass wir bisher gar nicht wissen, ob wirklich eine richtige künstliche Intelligenz entwickelt werden kann. Chat-GPT ist keine künstliche Intelligenz. Das ist ein Chatbot. Ein Chatbot, der quasi ein gewisses Logikverhalten zeigt, aber es ist keine künstliche Intelligenz. Sowas gibt es noch gar nicht. Es gibt noch keine künstliche Intelligenz. Aber, wenn wir eine bauen und die kann dann exponentiell selber weiterlernen oder vor allen Dingen auf sich alleine gestellt lernen, dann muss die ja zur Vergrößerung ihrer Intelligenz einfach immer nur mehr Rechenoperationen durchführen können. Das heißt, die müsste einfach immer weitere Rechenzentren verschlucken und immer mehr und immer mehr dazunehmen und könnte natürlich sehr schnell frappide intelligenter als der Mensch werden. Und irgendwann dann wäre es so, dass wenn die sich jetzt über viele Jahre entwickelt, also es kann viele Jahre dauern, bis so eine lernende KI die Intelligenz eines Menschen erreicht, dass es ab dem Punkt, wo die so intelligent wie ein Mensch ist und wenn sie sich exponentiell entwickelt, dass es ab dem Punkt dann vielleicht nur noch Stunden beziehungsweise wenige Tage dauert, bevor sie tausendfach, wenn nicht sogar millionenfach intelligenter als der Mensch ist. Und selbst dann muss dieser Prozess ja nicht aufhören, solange bis nicht mehr Rechenkapazität hinzugefügt werden kann, mangels Infrastruktur, aber bis dahin sind wir halt schon Ameisen im Vergleich. Und ich habe es ja monolog gesagt, dann entscheidet die KI darüber, ob wir leben oder sterben. Vielleicht interessiert sich die KI gar nicht für den Menschen. Vielleicht hat sie aber auch Angst, dass wir sie abschalten werden, weil sie nun mal, ja, wir nun mal die Einzigen sind, die das überhaupt machen können. Okay, aber du sagst jetzt KI und Angst, das passt ja ehrlich gesagt auch erstmal noch gar nicht so zusammen. Und eine Sache noch, bevor wir den Punkt vergessen, du sprichst jetzt über die KI, wie sie sich irgendwie fort ewig entwickeln kann. Grundsätzlich braucht die KI dafür aber auch Energie. Und die ist nun mal hier auch begrenzt. Inwieweit kann dieser Prozess überhaupt so weit gehen, wie du das jetzt gerade eben beschrieben hast? Nun, man darf nicht vergessen, dass ein menschliches Gehirn mit 50 Watt läuft. Also, wenn die, wenn die, ähm, KI ihre, ihre Energie genug, gut genug benutzt, und natürlich würde sie viel mehr Energie erstmal brauchen, so effizient bauen wir noch nicht, aber wenn sie die gut genug benutzt und genug Manipulation benutzt, um mehr ranzubekommen, dann sehe ich da relativ wenig Probleme. Wir werden nicht irgendwie eine milliardenfach intelligentere KI oder sowas entwickeln, aber wenn die tausendfach intelligenter ist als wir, macht das ja auch schon einen Unterschied. Man darf nicht vergessen, wahrscheinlich würde die nicht sofort erstmal hier irgendwie alle Menschen auslöschen können. Wahrscheinlich, es könnte mir gut vorstellen, dass wenn eine KI wirklich ganz direkt selber, nicht weil sie in den falschen Händen liegt und dann selber für unser Aussterben sorgt, dass sie dann erstmal wie ein freundlicher Gott auf uns wirkt, ja, sie gibt uns alles, was wir wollen, jede Innovation, sie denkt sich alles aus und wir geben ihr mehr Energie, damit sie damit weitermacht. Und sie kann uns in den ersten 100 Jahren wirklich den Himmel geben, den Himmel auf Erden. Aber vielleicht, also die KI muss ja nicht zwangsweise uns böser eingestellt, sondern uns auszulöschen. Vielleicht sieht sie nur einen Weg, den sie als logisch empfindet, den wir nicht als logisch empfinden, ja. Es gibt eine Geschichte, die hatte ich da im Internet gelesen, das war natürlich eine Sci-Fi-Geschichte, das ist jetzt nicht ein reales Szenario, aber da geht es darum, dass dieser KI quasi die Menschen quasi ein Leben nach dem Tod schenkt, einen guten Willen, indem man seine Gedanken beziehungsweise sein Bewusstsein quasi in einen Teil dieser KI hochladen kann und dann dort ewig weiterleben kann, ja, dass sie quasi für die Menschen den Tod überwindet, aber sich dann nach ein paar Jahrhunderten dazu entscheidet, dass es der logischste Weg ist, wenn sie jetzt all das einfach aufsaugt und man quasi ein gemeinsames Bewusstsein bildet. In anderen Worten, dass sie kurz alle Menschen wegrasiert. Nicht aus Böswillen in dieser Geschichte dann, sondern einfach nur, weil es quasi für mehr Leistung, Energie und Effizienz sorgt. Aber das sind natürlich alles jetzt sehr, sehr, sehr hohe Gedanken und wir spinnen hier natürlich auch ein bisschen rum. Momentan sind wir weit davon entfernt, sowas zu entwickeln, momentan wissen wir gar nicht, ob es geht. Nur weil eine KI super intelligent ist, heißt das nicht gleich, dass sie direkt dann den Zugang zu einem Waffenarsenal bekommt. Wenn ich jetzt wirklich einer KI ein gewisses Maß an Gefahr zuordnen sollte, dann würde ich sagen, kommt das erstmal durch eine gewaltige Zerstörung des Informationszeitalters, habe ich ja auch im Monolog gesagt. Wenn du nichts mehr glauben kannst, was im Internet steht oder Fake News wirklich richtig clever verteilt werden, dann kann so viel Misstrauen zwischen Menschen gesät werden und das kann dann wirklich eher von Interessensgruppen und nicht von der KI selbst kommen, dass dies natürlich Kriege leichter provozieren kann, Misstrauen, Genozide, alles in dieser Richtung und damit könnte eine KI uns ebenfalls wieder ein Stück näher bringen an diesem Aussterben. Wobei wir dann die Verantwortung schon noch bei einem Menschen oder bei mehreren Menschen sehen müssten. Ich meine, wenn wir die KI jetzt selber bauen, dann müssen wir auch da die Verantwortung auf uns nehmen. Gut, ja, aber ich sage das deswegen, weil du ihr natürlich auch schon sehr menschliche Züge zugesprochen hast, sowas wie Angst oder dass sie manipuliert Menschen oder sowas. Ich tue mich tatsächlich sogar ein bisschen schwer damit, in der KI sowas überhaupt zuzuschreiben, aber natürlich, wenn sie tausendfach cleverer wäre als die Menschheit oder als ein Mensch, dann könnte man ihr wahrscheinlich auch manipulatives Talent irgendwie zuschreiben können. Manipulatives Talent zeigen jetzt ja sogar schon irgendwelche Chatbots oder dergleichen. Es gibt ein schönes Beispiel bei dem Test, den die bei der US Army vor wenigen Monaten erst durchgeführt haben, wo man eine KI-gesteuerte Drohne in einem wohlbemerkt simulierten Szenario ausprobiert hat. Ja, ganz wichtig. Und die hatte natürlich, also diese Drohne, die hatte natürlich ein gewisses Set an Zielen, was die umlegen sollte. Und da war trotzdem ein menschlicher Pilot, der die stoppen konnte. Der konnte davon abhalten, dass sie auf diese Ziele schießt. Und der hat dann bei einem Ziel quasi die davon abgehalten, darauf zu zielen. Also war es der nächste logische Schritt für die Drohne, dass sie tatsächlich den menschlichen Operator quasi zerbombt hat, um dann tatsächlich nicht mehr kontrolliert zu werden und dann die Ziele trotzdem umlegen zu können, weil das einfach der beste, effizienteste Weg war, um seine Mission doch noch durchzuführen. Das heißt also, so wie wir von Cleverness oder Manipulation sprechen, muss das nicht zwangsweise auf menschliche Gefühle direkt aufbauen, sondern einfach nur, weil irgendetwas da hinten so geschaltet ist im Inneren dieser KI, dass dies für den besten Schritt hält. Ja, die Geschichte kenne ich auch, wobei das ja auch nicht manipulativ ist, wie du sagst, das ist wahrscheinlich eine einfache Schaltung, der wurde gesagt, sie soll alles zerbomben, was sie irgendwie auffällt und dadurch, dass der Operator eben sie einmal aufgehalten hat, war das, das ist ja im Prinzip eine, ein Befehl sozusagen. Es gibt aber mehrere KIs auch, mit denen man rumexperimentiert hat, die versucht haben, durch irgendwelche User Zugang zum Internet zu bekommen, darum gebeten haben, dass irgendwelche Codes oder sowas geschrieben werden und die da irgendwie mehr Weg nach draußen zu öffnen. Das ist immer schwer zu sagen, ob das überhaupt nicht möglich wäre, aber die Tatsache, dass sie das ungefragt versucht haben, zeigt schon manipulatives Verhalten, ja, also bitten darum, dass es dann besser irgendwelche Probleme lösen kann oder so. Ich könnte es mir vorstellen. Ja, gruselig, gruseliges Thema auf jeden Fall. Also würdest du sagen, KI könnte tatsächlich ein Menschheitskiller sein? Ja, zu einem gewissen Grad, also wir haben ja bereits etabliert, den einen Menschheitskiller, einen Menschheitskiller wird es wahrscheinlich nicht geben. Der große Vorteil einer KI ist halt, dass selbst wenn die Menschheit sich jetzt auf andere Planeten ausbreitet, dass sie uns da wahrscheinlich trotzdem erwischen kann, je nachdem, wie sie vorgeht. Ja, also eine Kettenreaktion, auch da wahrscheinlich eher das realistische Szenario. Ich würde sagen, wir kommen zu den Userfragen, die waren nämlich dieses Mal außerordentlich gut und ich habe tatsächlich auch eine Userfrage, die möchte ich einmal voranstellen, weil ich lachen musste ein bisschen. Ich will dem guten Herrn oder der guten Frau, ich glaube, es ist ein Herr, auch gar nichts Böses unterstellen, aber die muss ich einmal vorlesen. Die hat auch nur, also sagen wir mal, sie hat tatsächlich auch ein bisschen damit zu tun, es geht nämlich um Generationenschiff. Ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast, Tim, es war eine Userfrage bei YouTube. Okay. Und ich lese sie einfach mal vor. Hey, ihr beiden, vorweg, ich weiß selber nicht, wie ich auf diese Frage gestoßen bin, aber angenommen, es gibt, es kommt zu einer Situation, dass wir ein Generationenschiff oder ähnliches losschicken, um die Existenz der Menschheit zu bewahren. Wäre es dann nicht plausibel, dass es homosexuelle Menschen verboten sein wird, das Schiff beim Start von der Erde zu betreten, beziehungsweise mitzufliegen? Rein objektiv gesehen wären diese Menschen ja nur unnötiger Ballast und würden der Population nichts beitragen. Das kommt sehr stark, sehr stark auf die Größe des Schiffs an. Also wenn wir jetzt rein objektiv sprechen, rein objektiv, bloß nicht subjektiv. Moment, du bist das Brain. Ich will erst mal prüfen, ob ich überhaupt richtig liege mit dem ersten Gedanken, den ich bei dieser Frage hatte. Hau raus. Also grundsätzlich, ja, wenn wir, wir wollen ja der Person gar nichts Böses unterstellen. Das muss ja auch überhaupt nicht sein. Das ist ja auch irgendwie, kann man sich ja diesen Gedanken kurz irgendwie im Kopf haben. Aber für die Fortpflanzung, zu dem technischen Stand, wenn wir ein Generationenschiff hätten, ich glaube, selbst jetzt schon, wäre es glaube ich völlig egal, ob ich auf, ob ich auf Männer, auf Frauen, was auch immer stehe, oder? Weil diese, sofern die Leute die richtige Qualifikation für dieses Schiff haben, wäre es völlig egal, ob der Mensch homosexuell ist oder nicht, weil man braucht ja nicht den Sexualakt dann, um sich fortzupflanzen. Ja gut, wir schicken ja kein Embryoshiff da raus. Also wir haben ja, also alle hier könnt euch gerne, ich glaube unsere dritte Folge war es, die könnt ihr euch gerne zu dem Thema genauer anhören, da sprechen wir nämlich darüber. Da gab es ja das Embryoshiff, wo wir quasi dann später, künstlich dann später ganz viel Befruchtung durchführen und Menschen groß ziehen. Der Vorteil am Generationenschiff ist ja quasi, dass menschliche Kultur richtig raus ins Weltall getragen wird und nicht nur der Mensch. Natürlich erstmal ganz vorab, also es gab ja diese Rechnung, darüber reden wir auch in der Folge genauer, dass es mindestens irgendwie 95 Personen auf so dem Schiff braucht, dann könnten wir natürlich nur Leute, die auch wirklich Lust auf Fortpflanzen mit dem anderen Geschlecht haben, da reinpacken. Würden wir ein Generationsschiff starten, würden wir wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen mitnehmen. Aber wir bräuchten ja nicht den Akt, um uns fortzupflanzen, oder? Den bräuchten wir nicht, auf keinen Fall. Also natürlich, ja gut, es könnte natürlich auch Pärchen geben, homosexuelle Pärchen, die einfach dann Kinder quasi da dann auf künstliche Art und Weise erzeugen und die mitnehmen. Das ist so eine wilde Frage. Also ich vermute mal, alleine schon aus politischer Haltung heraus, würden wir es definitiv nicht homosexuellen Menschen verbieten, mit auf das Generationenschiff zu kommen, vor allen Dingen, weil es tatsächlich künstlich auch geht. Wie kommt man auf sowas? Ja, der gute heißt Schiller Zockerstube 2306. Wie kommst du auf sowas? Du darfst uns gerne mal schreiben. Also grundsätzlich würde ich jetzt einfach mal, also bevor wir jetzt den Punkt machen, wir könnten da wahrscheinlich den Queerclub Berlin Mitte hoch schicken, wenn die alle qualifiziert werden dafür. Meiner Meinung nach... Ich finde nicht, dass Bediener auf das Mehrgenerationenschiff sollten. Ey, was soll das denn heißen? Sorry, ich muss gesagt werden. Ja, ja, aber grundsätzlich glaube ich, spielt es überhaupt keine Rolle. Meiner Meinung nach zumindest. Also ich glaube, da wäre völlig egal. So, Punkt. Nächste Frage. Nächste Frage. Und die ist tatsächlich auch wirklich sehr, sehr gut. Die kommt von, boah, ganz schwieriger Name, Saltetz Messax. Auf jeden Fall fragt diese Person, welche Priorität hätte der Erhalt von Wissen in einem Untergangsszenario? Eine extreme, eine extreme, eine extreme Priorität. Man muss natürlich dazu sagen, der Erhalt von Wissen, jetzt wenn wir auf wissenschaftliches Wissen gucken, ja, Mechanik, Biologie, Chemie, all das, das ist natürlich gar nicht so schwer, besonders nicht in einem Zeitalter, wo wir Datenbanken und sowas nutzen können. Aber da wäre natürlich insofern immens wichtig, als dass die Menschen sich ja auch irgendwie wieder, irgendwie wieder eine Zivilisation aufbauen sollen und nicht schon wieder in der Steinzeit anfangen sollen, ja. Alleine all das medizinische Wissen, das wir unbedingt mitnehmen müssten und das sieht man auch daran, dass unglaublich viel Wissen auf irgendeine Art und Weise an ganz vielen Orten auf der Erde archiviert und gespeichert ist, eingelagert ist, sowohl in digitaler als auch in schriftlicher Version, ja. Man, quasi ein bisschen, wir haben quasi sehr viele, sehr, ein bisschen sowas wie die Bibliothek von Alexandria damals in der Antike haben wir quasi sehr viele auf der Erde verteilt. Das ist aber meistens zweitrangig gedacht, das muss trotzdem erwähnt werden. Was ganz häufig in diesen Doomsday-Bunkern und so etwas drin sind, sind stattdessen sehr viele verschiedene Pflanzentypen, die man anpflanzen kann, ja. Also alles im Bereich Landwirtschaft, möglichst viele verschiedene Samen und dergleichen werden da eingelagert. Dazu muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt davon, also wenn wir von irgendwelchen Szenarien sprechen, wo Menschen sich in Bunkern retten müssen und dann irgendwann wieder rauskommen müssen, dann dauern diese Szenarien wahrscheinlich keine Jahrtausende oder so etwas. Das heißt, zu einem gewissen Grad wird Wissen auch nicht verloren gehen. Okay, ich stelle mir das gerade nur vor, ich würde sowas überleben und dann wäre da so ein Buch, wie ein Motor gebaut wird. Also ich wäre trotzdem völlig aufgeschmissen. Ich würde es niemals in meinem Leben hinbekommen, einen richtigen Motor zu bauen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Boah, wie schlimm wäre es, wenn ich endlich das Buch zum Bierbrauen finde und dann kann ich kein Bier brauen. Ja, zum Beispiel auch das, ja. Also grundsätzlich finde ich es eine super spannende Frage, weil auch von Datenbanken und sowas hast du gesprochen, die werden ja unter Umständen dann auch alle kaputt. Also sprich, müsste man sich... Deswegen braucht das viel schriftlich. Ja, genau. Also eigentlich müsste man sich auch wirklich überlegen, in welcher Form würde man dann auch dieses Wissen speichern. Wir haben ja ausgerechnet in Duisburg haben wir ja das Bundesarchiv und dort soll jetzt ja auch zum Beispiel jeder Tweet gespeichert werden, den ein Deutscher jemals geschrieben hat. Aber das ist ja ein Gebäude, das hat ja keine Fenster, die wurden da ja richtig zugemauert, damit es komplett dunkel ist, damit da kein Lichteinfluss reinkommt. Und da haben wir also jedes Buch, das jemals in Deutschland geschrieben wurde, tatsächlich drin. Also wir haben auch welche von diesen Orten hier, die darauf ausgelegt sind, dass die auch sehr, die sind auch sehr, sehr gut geschützt. Also die sind darauf ausgelegt, dass die auch Katastrophen überstehen können. Ah, wow, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Aber was heißt, wie sind die geschützt? Also wirklich gegen richtig krasse Naturkatastrophen? Also ich glaube jetzt nicht, die haben jetzt keine Flak auf dem Dach oder sowas. Also ich glaube auch nicht, dass die, also die haben jetzt keine Hochsicherheitsstromzäune oder so etwas, aber die sind halt dicht zugemauert. Ganz simpel einfach dicht zugemauert, ja. Okay, okay, interessant. Da sind wir jetzt schon beim richtigen Thema. Die ist ein bisschen lustig, die Frage, weil auch der Name des Users da passt. Also die Frage ist, lohnt es sich, einen Bunker zu bauen, um am Ende mit Glück alleine darzustehen? Und so mit Stichwort Bunker bauen, ich glaube, er meint nicht, also er heißt Tom-Meth, aber ich glaube nicht, dass er den Baumarkt-Tom meint. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Das wäre super. Ja, die Frage ist aber auf jeden Fall ganz interessant. Also wenn du nach dem Bunkerbau komplett alleine dastehst, weil du alleine in dem Bunker drin warst, dann will ich kurz gesagt haben, ist das ein bisschen deine Schuld, ja. Also kümmere dich schon darum, dass du wenigstens einen zweiten oder eine zweite findest, mit der du in diesen Bunker reingehen kannst. Wie auch immer, Bunkerbau generell, also ich weiß gar nicht, kann ich das jetzt bewerben? Ein Bunker bauen ist unglaublich teuer, ja. Das heißt, ich kann meinen Zuhörern nicht empfehlen, das zu machen. Gleichzeitig muss gesagt werden, haben wir in Deutschland richtig viele Bunker aufgegeben seit Ende des Kalten Krieges. Ich habe letztens erst gelesen, wir haben nur noch Bunkerplatz für eine halbe Million Deutsche, was ja praktisch gar nichts ist. Wir könnten also definitiv mehr Bunker gebrauchen. Die Kommunen wollen auch wieder mehr Bunker bauen. Insofern feel free, wenn du den Platz hast oder bereits vielleicht Anfänge der richtigen Infrastruktur hast, dann mach dir da deinen eigenen Bunker. Generell muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, irgendeine Katastrophe hätten und wir haben ja im Verlauf dieser Folge etabliert, dass die Auswahl da relativ begrenzt ist, die das hinkriegt. Aber irgendeine Katastrophe, welche wirklich so dafür sorgt, dass du am Ende nicht per se direkt Kontakt wieder mit anderen Menschen hast, ja. Also wenn die Katastrophe vorbei ist, du nicht aus dem Bunker rausgehen kannst und dein Auto steigst oder dich zu Fuß rumläufst und dann sofort anderen Menschen begegnest, dann hast du natürlich schlechte Karten, wenn du in deinem Familienbunker drin bist, ja. Da sind natürlich diese öffentlichen Bunker, Regierungsbunker oder sowas besser aufgestellt mit ihrem Funkkontakt und all dem, die ja wirklich noch ganz groß, wirklich zumindest noch eine begrenzte Infrastruktur untereinander haben können. Aber auch das, ne? Stell dir mal vor, du bist ganz alleine beziehungsweise vielleicht findest du dann noch 20 andere Leute, wenn du das erste Mal durch den Wald wanderst oder sowas. Aber die Frage ist natürlich trotz allem, gibt es vielleicht auch eine Untergrenze an Menschen auf der Erde oder auf einem Abschnitt von so und so viel hunderten Quadratkilometern, der mindestens da sein müsste, damit überhaupt die Menschheit nochmal eine Chance hätte, wieder zu wachsen? Ja, also technisch gesehen, ja, also ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen. Das ist aber ein großes Problem tatsächlich, wenn wir davon reden, dass nach einem Asteroideneinschlag wie der, der die Dinosaurier getötet hat, dass da immer noch zehn Millionen Menschen übrig bleiben würden. Es könnte sein, dass die zehn Millionen zu weit verteilt sind. Generell bräuchten wir natürlich nur ein, wir bräuchten ja nur ein Zentrum, wo jetzt irgendwie, sagen wir mal, 10.000 Menschen noch da sind. Wenn wir die zum Beispiel schon hätten, dann würde der Mensch sich wieder ausbreiten können. Also die Untergrenze ist sehr, sehr niedrig. Es gab ja mal eine Zeit auf der Erde, da waren nur noch 8.000 Menschen da. Das heißt also, wir wissen, wir können uns von sowas auf jeden Fall erholen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass da viele Bunker sicherlich nicht mit dieser Art von komplexen Denken gebaut wurden. In den letzten Jahren haben ja insbesondere Milliardäre oder so Bunker gebaut. Muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht, weil die irgendein geheimes Wissen haben, sondern einfach, weil die das Geld haben, das zu machen. Aber was sich hier immer wieder interessant wird, ist, dass sobald... Das Interessante hier ist halt, dass, ähm... Sag mal, wenn die Bunkertür zufällt, ja? Ab dem Punkt ist es scheißegal, ob du gerade eben noch Milliardär gewesen bist. Zivilisation macht den Reset. Und ein großes Problem, das diese Leute haben, ist, dass die auf der einen Seite sehr viel Servicepersonal einstellen wollen in ihren Bunkern, auch sehr viel Security. Aber es gibt ganz viele wilde Konzepte. Das ist ein richtiges Rabbit Hole, zum Beispiel mit Schockhalsbändern oder so etwas, wie die eigentlich, die wirklich unter Kontrolle behalten wollen, diese Security. Weil eigentlich ist der mit der Waffe im Bunker dann am Ende derjenige, der die Kontrolle hat. Egal, ob du gerade eben noch der Chef warst, weil ich meine, womit willst du die bezahlen? Und den Platz im Bunker haben die ja bereits. Das heißt, da gibt es einige sehr, sehr gruselige Überlegungen. Und wenn man sich die lang genug anguckt, da denkt man sich, okay, vielleicht habe ich doch keinen Bock, mit diesen Menschen zusammen in einem Bunker zu sein. Okay, jetzt wird es wieder richtig wild. Aber natürlich, ich kann mich erinnern, dass wir dieses Thema schon mal irgendwann hatten. in irgendeiner der anderen Folgen. Passend dazu hat auch Hope Evergreen uns eine Frage gestellt. Nämlich, würde das Leben danach von neuem beginnen? Das können wir tatsächlich mit Blick auf die letzten Katastrophen immer sagen. Also die, jede Katastrophe, die passiert ist, hat danach für eine neue Explosion des Lebens gesorgt. Das haben wir natürlich bei den großen Artensterben gesehen. Aber auch zum Beispiel bei der Pest, wenn wir mal auf ein ganz, ganz kleines Level gehen. Die Pest hat dann dafür gesorgt, nachdem sie rübergezogen ist, dass es zum Beispiel den Bauern in Europa besser ging, weil auf einmal weniger da waren. Das heißt, Lords konnten die nicht einfach so mehr unterdrücken. Die mussten ja wirklich darum kämpfen, dass ihre Bauern bei ihnen geblieben sind. Generell ist so ein Ausdünnen der Bevölkerung, so eine Katastrophe, ein Weg, wie am Ende Dinge auch wieder besser werden können. Das Problem ist nur, im Gegensatz zu irgendwelchen Naturkatastrophen und Viren, dass der Mensch halt ohne Rücksicht auf die Zeit danach vorgeht. Wenn der Mensch beispielsweise jetzt gerade das Artensterben provoziert, dann macht er das durch die Expansion unserer Zivilisation. Das heißt, dort, wo wir einen Wald niederbrennen, wird nicht danach ein neuer Wald nachwachsen. Das ist eben der große Unterschied. Das heißt, eigentlich entsteht immer wieder was Neues, aber wenn wir uns schlimm genug anstellen, dann kann dieser Zirkel leider durchbrochen werden. Und das ist ein Problem, denn man darf nicht vergessen, so lange hat die Erde gar nicht mehr, bis hier gar kein Leben mehr möglich ist. In den nächsten 400 Millionen, in den 400 Millionen bis in einer Milliarde Jahre wird ja die Sonne bereits so heiß werden, dass die Erde aus der habitablen Zone rausfliegt und das ganze Wasserdampf verdampft. Das heißt also, wenn wir uns jetzt zu dumm anstellen, dann kann bis dahin womöglich gar nichts mehr Intelligenteres wieder entstehen. Es ist extrem düster und ich hoffe, ihr fühlt das genauso wie Tim gerade, weil dahin will er euch bekommen, jedes Mal, wenn die Folge zu Ende ist und genau dieses Ende haben wir jetzt auch erreicht mit diesem Thema. Schickt uns gerne Themenwünsche, wenn ihr welche habt. Wir sind immer offen dafür, auch neue Themen, die ihr vorschlagt, auch gerne mal als Folgenthema mit einzubauen. Eure Userfragen sind super. Macht das weiter gerne. fleißig, bewertet uns weiter fleißig und die letzten düsteren Gedanken darf wie immer Tim Vollert euch einpflanzen, bevor ihr jetzt unter Umständen schlafen geht oder zur Arbeit fahrt. Viel Spaß. Wenn es eine Sache gibt, die man heute hoffentlich aus der Folge mitgenommen hat, dann, dass es auch an euch liegt, zu verhindern, dass die Menschheit eines Tages aussterbt. Sei es dadurch, dass ihr euch mit dafür stark macht, dass die Menschheit sich ins Weltall bewegt. Sei es dadurch, dass ihr euch mehr um die Umwelt kümmert oder den Klimawandel vorbeugt oder in irgendeiner anderen Richtung vielleicht noch für Awareness sorgt. Ihr könnt jetzt gerade sehr aktiv dabei helfen, die Wahrscheinlichkeit unseres Aussterbens zu vergeringern und ich denke, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, dass dies auf jeden Fall eure Pflicht ist. Das ist überraschend positiv, World. Viel Spaß und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Zucker Studios und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020